hallo leute und willkommen hier bei me apple cat ja es ist mal wieder so weit eine neue beta ist da 12.3 beta 1 hat apple hier kurz nach dem offiziellen release von 12.2 rausgebracht 12.2 kriegt jetzt jeder und hier 12.3 beta 1 so um 12.3 beta 1 kann jetzt jeder der hier einen entwickler account hat oder am öffentlichen beta programm teilnimmt sich schon mal runterladen und wir schauen heute mal drüber was es hier alles so schönes neues gibt aber wir starten wie immer erst mal mit dem speicherplatz und zwar hatte ich vor dem update auf meinem iphone 5s hier vier gigabyte ganz glatt frei gehabt habt dann das update einmal aufgespielt 12.3 beta 1 328,2 megabyte war das hier groß auf meinem gerät und dann hatte ich hinterher frei 4,62 also da wurde noch ein bisschen hintergrund datenmöbel seitlich bei der ganzen geschichte ja was gibt es denn nun neues zu berichten und ja um ehrlich zu sein erst einmal gar nicht so viel aber noch nicht abschalten ein bisschen was habe ich doch noch gefunden und wir schauen gleich noch in den geekbench was dort die performance sagt aber ich möchte kurz über diese beiden apps hier reden über die apple tv app und über die apple news app ja die haben wir hier in deutschland natürlich noch nicht bekommen ihr seht schon hier oben an der uhrzeit da steht bei mir 7 uhr 45 pm also ja das ist keine deutsche uhrzeit ich habe um diese apps hier zu bekommen einfach mal hier in den einstellungen alles umgestellt auf amerika usa kann man ganz leicht machen unter allgemein und dann geht ihr darunter hier language und region oder sprache und region und dann stellt man da einfach alles auf united states um und schon kann man sich die apps hier runterladen und dann kann ich die euch heute auch mal zeigen denn neu war jetzt hier in der beta das neue apple tv icon dass er jetzt hier nach dem apple tv plus streaming service ausgerichtet ist und wir gehen einfach mal in die app rein wie gesagt in deutschland gibt es die eigentlich gar nicht und deswegen steht bei mir jetzt hier auch content available also kein inhalt der hier verfügbar ist denn das ist ja quasi wie so ein hub wo alles zusammengeführt wird auch von euren anderen diensten wenn ich das richtig in erinnerung habe aber das gibt es halt in deutschland noch nicht aber ich kann hier zum beispiel in meine bibliothek reingehen und da ist noch irgendwas drin was ich mal gekauft habe hier killjoys von 2015 erinnere ich mich gar nicht dran oder wir gehen hier auf die suche das funktioniert allerdings schon da kann man sich ja verschiedene sachen anschauen einfach mal nach irgendwas suchen zum beispiel hier mal aquaman und könnt dann dort schon was kaufen also 20 dollar ist ja ein richtiges schnäppchen oder 6 dollar zu mieten schauen ob der trailer hier abgespielt wird bei mir ja tatsächlich der läuft also eingeschränkt nutzbar nennen wir die sache mal so auf jeden fall das ist neu vor allem hier das icon von apple tv plus ja der neue service wie viel der kosten wird und ja wann der ganz genau kommt weiß hier natürlich noch keiner außerdem gab es ja hier noch bei den apple news die ja wir auch nicht in deutschland haben auch eine kleine neuerung das ist das app icon und wenn ich da mal rein gehe dann wird man mit diesem startbildschirm begrüßt hier welcome to apple news die tollsten stories von den besten quellen bla 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 und siri suchte hier die schönsten sachen dann raus zu der ganzen geschichte okay dann kann man hier natürlich das ganze auch noch irgendwie sich per e mail schicken lassen finde ich relativ uninteressant und gute nachricht apple news kann man sich ja auch in deutschland anschauen aber nur auf englisch natürlich das ist klar ist eben nur für den amerikanischen markt gemacht aber da könnt ihr auf jeden fall wenn ihr lust und laune habt schon mal rein schauen hier habe ich mal den newsfeed einfach mir zusammen gemacht man kann hier verschiedensten quellen dann folgen und so sieht eigentlich ganz nett aus ich wäre ganz froh das wird vielleicht auch mal hier in deutschland kommen und dann gibt es ja hier den neuen service nicht nur die apple news sondern auch die news plus also die apple news plus hier unten und dort kann man die zeitschriften und magazine dann ja quasi abonnieren und sich die alle noch anschauen ich habe noch gar nicht so genau reingeschaut apple news plus everything you love about apple news plus also ein bisschen mehr noch als die normalen ich glaube wie viel warten das gewesen ich gehe mal auf try it free mal schauen was er uns dann anbietet ich glaube zehn euro oder zehn us dollar kostet das ganze hier und man kann es auch mit bis zu sechs familienmitgliedern teilen ich probiere es jetzt einfach mal nicht aus auf jeden fall da könnt ihr euch zeitschriften anschauen ja ganz nette sache für zeitschriften leser da muss man sich ausrechnen ob das hier für einen dann interessant ist wenn es erstmal hier bei uns auch in deutschland kommt dann kostet bestimmt auch zehn oder vielleicht zwölf euro keine ahnung warten wir es mal ab sollen die amis das einfach erst mal ausprobieren und wir schauen dann ob es nett ist für uns oder nicht aber solange wie das immer dauert bis die sachen hier nach deutschland kommen ja haben wir noch ein wenig zeit uns die sache hier anzuschauen also das sind dort die neuerungen apple tv plus und die neuerung in der news app wie gesagt wenn ihr es ausprobieren wollt alles mal hier auf vereinigte staaten umstellen und dann runterladen so mehr ist mir hier noch gar nicht aufgefallen bei dem ganzen bedienen ich glaube viel mehr haben die im hintergrund hier auch noch gar nicht gemacht sondern die haben sich einfach mal hier auf die neuen services ein bisschen ja konzentriert aber wir können uns natürlich noch eine sache anschauen und das ist der geekbench der uns immer so einen kleinen eindruck davon geben kann ob hier noch im hintergrund optimiert wurde an der leistungsfähigkeit und ich schaue mal hier in die aktuellen werte das sind sie 12 35 zu 22 76 und dann haben wir die alten werte von der ios 12.2 der finalen beta 12 33 22 86 und wenn wir das mal vergleichen jo also minimale unterschiede können messdifferenzen sein wir sagen einfach mal da hat sich gar nichts getan im hintergrund viel mehr gibt es da nicht also im prinzip die beiden apps hier wo es neuerungen gibt ansonsten ist mir hier noch nichts aufgefallen ich habe noch nichts gelesen konnte noch nichts sehen und kann euch dementsprechend auch noch nicht wirklich viel mehr sagen fühlt sich alles immer noch flott und flüssig an ich habe bisher noch keinen bug festgestellt oder irgendwie ein problemchen gehabt läuft alles wie gehabt und das soll es dann auch schon gewesen sein freunde ich will euch nicht ewig zu texten hier aber die paar infos wollte ich euch wie immer mitgeben über die 12.3 beta 1 wir sehen uns spätestens bei der nächsten beta und ich sag tschüss bis zum nächsten mal macht's gut